Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und nachdem wir uns in den letzten Videos damit beschäftigt haben, wie Source Good Management grundsätzlich funktioniert und was es für Funktionen in Git gibt, werden wir in dieser Einheit mal schauen, wie man jetzt damit tatsächlich Software entwickelt, also wie man idealerweise einen Workflow organisiert, sodass man am Ende gewinnbringend damit arbeiten kann. Und den Anfang machen wir mit einer Funktion, die Branch heißt. Erinnern wir uns mal ganz kurz zurück, also wir hatten ja gesagt, Git ist nicht lineare Entwicklung, also hier der Entwickler hat verschiedene Tools, die schreiben Dateien auf die Festplatte und da gibt es irgendwie so eine Projektklammer drumherum und die haben wir ja dann im Prinzip in so ein Repository reingestopft und über die Zeit passiert jetzt folgendes, also er arbeitet hier weiter, hat dann hier einen neuen Stand, wir sehen diese Version basiert auf dieser, dann kann er noch eine andere Version haben, also wieder Zeit vergangen, da habe ich diese Version, die basiert jetzt auch wieder auf der hier, dann haben wir eine neue Version, die auf der hier basiert und am Ende werden diese beiden Versionen zusammengeführt. Das nennen wir Branching, also hier wird es auseinandergenommen und hier hinten wird es dann eben, das ist das Merge, wieder zusammengebaut. So, jetzt schauen wir mal, was bringt uns das, dass wir das hier so haben, also wir können jetzt hier an verschiedenen Teilen unseres Projektes arbeiten und die bedingen sich jetzt nicht irgendwie unbedingt, also das heißt also hier, die sind erstmal unabhängig, das heißt ich habe hier eine Version, mit der ich neu starten kann, die vielleicht mal funktioniert hat oder die Release ist oder irgendetwas anderes. Wie mache ich das jetzt in Git? Wir hatten ja gesagt, okay, da gibt es so eine ganze Reihe von verschiedenen Orten, wo das alles sein kann. Einmal hier die Stage, wo die Sachen überhaupt, die verwaltet werden sollen, einmal registriert werden müssen, dann gibt es ein lokales Repository, dann gibt es ein Remote Repository und dann gibt es eben eine Reihe Befehle, wie ich die Daten hier zwischen den Sachen hin und her kriege, also Clone holt das Remote Repository her, dann kann ich Sachen hinzufügen, dann kann ich die Sachen ins lokale Repository einspeichern mit Commit, Push war die Sachen dann auch im Remote Repository einzuspeichern, mit Fetch, genau das Gegenteil, kann ich die Sachen holen, mit Checkout hole ich die Sachen auf die Festplatte oder eben auch mit Merge, das kommt eben drauf an, haben wir eben gesehen, also entweder ich arbeite mit einer Version oder ich führe eben zwei Versionen zusammen, die eben hier in dem Repository liegen. Gut, als Shortcut gibt es dann noch den Pull, der eben aus dem Remote Repository die Sachen rausholt. Ja, was kommt dann hinten raus? Also wir hatten es ja in diesem Beispiel in dem letzten Video gesehen, also im Prinzip so Versionsketten, ich habe die immer Stapel genannt, ja, und dann gibt es hier diesen Head, das ist ja immer das, wo gerade mitgearbeitet wird, das spiegelt sich ja auch in der ganzen Reihe von Befehlen wieder, die wir schon gesehen haben, also hier taucht immer dieser ominöse Master auf und hier hat man gesagt, naja, Master ist immer der Letzte auf dem Stapel, ja, das ist jetzt nur die halbe Wahrheit. Wir haben hier im Prinzip so eine Version, ja, und die hat so ein Tag, ja, das heißt also, diese Version heißt Master, wenn es eine neue Version gibt, die da drauf basiert, dann kann die eben auch Master heißen und dann ist das hier jetzt der Master und so weiter und so fort. Das heißt also, dieses, was oben auf dem Stapel liegt, ja, das ist in Wirklichkeit gar kein Stapel, sondern das ist eine Versionskette, ne, also der basiert auf dem, der basiert auf dem und das hier ist eben halt der Master, das ist Konvention, dass es eben einen gibt, der Master heißt, ja, und der ist eben jetzt der Letzte in dieser Kette, das ist also der Marker für diese Kette. Wenn es noch andere Ketten gibt, die jetzt hier mal A genannt, dann, ja, habe ich einmal hier den Master, der Letzte in dieser Kette ist der hier, und dann habe ich hier so ein A, der scheint ja hier irgendwie abgebogen zu sein, ne. Das heißt also, nachher kann ich die Branches voneinander unterscheiden, nämlich sage, okay, das ist mein Master und das ist mein A, ja, wobei, ne, das unterm Strich technisch gesehen immer nur so Zeiger auf irgendwelche Versionen bleiben und von da aus kann ich jetzt gucken, okay, wer war denn hier meine Versionshistorie, um genau zu diesem Punkt zu kommen. Ja, jetzt könnte ich hingehen, das ist ja eigentlich der Witz, das haben wir eben schon gesehen und kann eben auch diesen Master weiterentwickeln oder weitertreiben, ja, und das Ganze geht parallel, ja, das heißt also, hier gibt es jetzt den Master und hier gibt es den A und die sehen so aus, als wären sie unabhängig gestapelt, ne. Also, wenn ich auf den Masterstapel schaue, ne, dann ist das hier der Letzte. Wenn ich den jetzt auschecken würde, würde ich genau den hier bekommen und dann hat der eine Versionshistorie, ja, der A hat genauso eine Versionshistorie, wenn ich den auschecke, dann hat der eine Versionshistorie, die eben hier lang geht, ja. Ja, das heißt also, diese Stapel sind in Wirklichkeit immer nur die Pointer, die hier hinten auf das Ende von so einer Versionskette zeigen. Gut, dann hatten wir noch gesagt, es gibt den Head. Der Head ist ja immer das, was ich auch gerade auf der Festplatte habe, also das, was ich gerade ausgecheckt habe. Und der Head selber, der zeigt jetzt eben nicht auf die Version, die ich ausgecheckt habe, sondern auf diesen Branch-Label, ja. Also, der sagt, jetzt, wenn ich jetzt sowas hier habe, sage ich, okay, also Head ist das, was ich gerade auf der Platte habe und das ist der Master. Warum ist das so? Weil es ja auch noch einen zweiten Branch geben könnte, der auch auf diese Version zeigt. Ja, und wenn ich jetzt committe, also wenn ich jetzt quasi die Daten von der Festplatte ins Repository reinschieben möchte, dann muss er ja irgendwie wissen, ja, diese neue Version, was soll das sein? Also, wir brauchen den hier, wir müssen wissen, wer er hier ist, also wer ist gerade aktuell, ja. Und das kriegen wir auch relativ leicht raus, ja. Also, wir gehen hier auf den Head, da gibt es immer nur einen von. Und von da aus können wir jetzt sehen, also, alles klar, der Head zeigt auf diesen Master, okay, gekauft. Und das ist diese Version. Also, unser Commit kann jetzt das soweit auflösen, dass hier eine neue Version erscheint, die auf dieser hier basiert. So, relativ einfache Nummer. Dadurch, dass wir jetzt den Master auch kennen, ja, da hängt der Head, zeigt der auf den Master, können wir jetzt einfach die beiden hier rüberschieben. Wir machen eine neue Version und die ist auch gleichzeitig der Master, ja. Dann schaut es so aus, ja, und am Ende hängt natürlich dann auch wieder der Head hier dran, weil nach dem Commit, ja, dieser neue Master, also diese neue Version, ja, auch genau das ist, was auf der Festplatte rumliegt, ja. Das heißt, also, wenn ich jetzt weiterarbeiten würde, würde immer nur wieder immer mit dem Master weitergearbeitet, ja. Ja, also hier Master und Head und so weiter. Warum brauche ich jetzt diese Situation, dass ein Pointer, also dieser, dieser, ähm, dieser Marker, nicht alleine auf so einer Version zeigt, sondern eben zwei, ja. Und das brauche ich dann, wenn ich branchen möchte. Also, wenn ich auseinander gehen will, dann muss ich ja irgendwann mal sagen, okay, an diesem Punkt, ja, Sie sehen, Master, Head, das ist gerade ausgecheckt, möchte ich auseinander gehen. Ich möchte hier mit einer neuen Nachfolgeversion starten, ja, und die nenne ich jetzt mal a. Ähm, dann checke ich mir die aus und jetzt bin ich in dem Zustand, dass es immer noch nur diese Version gibt, aber auf der Festplatte liegen die Dateien, ähm, unter dem Label, ja, unter dem Branch a. So, unser Head zeigt auf das a und wenn ich jetzt ein Commit mache, dann erscheint eine neue Version, basierend auf der, das ist klar, ja, und die bekommt natürlich jetzt auch das a-Label und ist entsprechend auch wieder der Head, ja. Das heißt, also, wenn ich branche, passiert das Eigentliche, also dieses Abbiegen, erst, wenn ich wieder ein Commit gemacht habe und gesagt habe, okay, das Ganze möchte ich jetzt auch im Repository sehen. Und deshalb muss es eben möglich sein, dass auf so eine Version ein Master und ein a zeigt. Ja, jetzt kann ich hier weitermachen, kann sagen, okay, der Master wird jetzt hier weiter bearbeitet und noch weiter und der a eben entsprechend auch. Und im nächsten Teil überlegen wir uns dann mal, wie man da einen sinnvollen Workflow drauf aufbauen kann. Ja, jetzt kann ich hier mal, wie man da einen Sinnvollen Workflow drauf aufbauen kann.